Musik In deinem Buch beschreibst du ja, Also verschiedene, machst sehr viele Übungen. Es ist wirklich ein sehr praktisches Buch. Man muss immer die Übungen mitmachen und die wichtigste Übung, schreibst du in deinem Buch, ist die Bewusstheitsübung. Ja. Jetzt für Zuschauer, einfach mal, um ihnen auch schon mal einen Einblick ins Buch zu geben, könntest du diese Übung entweder vorführen, machen oder vielleicht dauert es auch zu lange, mal wenigstens beschreiben, dass die Zuschauer auch gleich was haben jetzt vom Interview und mitmachen können. Ja, ja. Muss ich vorher was... Weil es geht ja auch um das Fühlen. Ja, es gibt, genau. Es gibt in der Spiritualität, in den verschiedenen spirituellen Wegen, gibt es einen riesigen Irrtum. Der Irrtum ist der, dass es gut wäre, Gefühle nicht an sich rankommen zu lassen, sondern sie nur zu beobachten und dass man in dieser Beobachtung Gelassenheit bekäme und durch diese Gelassenheit dann schließlich Erleuchtung fände. Und das ist ein Irrweg. Ich glaube, es funktioniert auch nicht, wenn das Gefühl stark ist. Es geht nicht. Es funktioniert egal, ob das Gefühl stark oder schlach ist. Die Haltung des nur Beobachtens führt einen nur zufällig, extrem zufällig zur Erleuchtung. Und deswegen ist das in diesen ganzen spirituellen Traditionen so extrem selten. Extrem selten. Also, die Alternative ist, Gefühle fühlen, ohne was zu tun und dann klingen die aus und dadurch kommt man in die tiefere Leere und dadurch beginnt das Sinken und dadurch kommt man weiter. Und dafür hilft die Bewusstheitsübung. Und das ist eine gute Idee, dass ich die mache, die Zuschauerin, du kannst die Augen schließen und die Übung mitmachen. Wir machen mal mit. Oder du kannst einfach jetzt an die Zuschauerin oder Zuschauer, kann man auch einfach von außen sich das anhören und etwas davon verstehen, ohne das innerlich nachzuvollziehen. Oder später. Oder nachher machen. Zum anderen Zeitpunkt. Das ist das, wie es gerade ist. Die Einladung ist, die Augen zu schließen und die Frage nach innen zu richten, wessen bist du dir jetzt bewusst? Und das ist vielleicht, bist du dir dessen bewusst, was du gerade hörst? Oder es ist dann noch ein anderer Gedanke. Und du kannst auch wahrnehmen, wie der Atem kommt und geht. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht nimmst du den Atem wahr. Und du kannst auch wahrnehmen, wie der Atem sich verändert. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Und so könnte es jetzt einige Zeit weitergehen. Klassischerweise wird diese Übung wenigstens eine halbe Stunde gemacht. Oder eine Dreiviertelstunde. Und man kann sie für sich alleine machen. Dann sitzt man da und schließt die Augen und fragt sich, wessen bin ich mir jetzt bewusst. Dies und das. Und ich kann mir auch meines Atems bewusst sein. Und das kann mir helfen, tiefer zu fallen. Wenn Menschen meditieren möchten, dann ist es wahrscheinlich die beste Art zu meditieren. Es macht die Fähigkeit, alles wahrzunehmen und zu fühlen. Nicht nur zu beobachten, sondern gleichzeitig zu fühlen, ohne was zu tun. Und dadurch kommt man in den inneren Zustand von Geschehen lassen. Und dann beginnt die Erfahrung von einem inneren Sinken. Und wenn man diesem inneren Sinken längere Zeit Raum gibt, also sich dem überlässt, so für eine gute halbe Stunde in der Regel, dann endet das Sinken in einer Weise, dass es in ein Schweben übergeht. Und dann ist man plötzlich in diesem tieferen Raum, unter Denken, Sinnesempfindung fühlen. Und da ist die Seinserfahrung und die Erleuchtungserfahrung. Es ist ganz anders, wenn ich nur still meditiere oder jetzt mit dieser Anleitung meditiere. Es ist ein totaler Unterschied. Ja. Die Frage ist jetzt für mich aber, diesen Zustand, den ich dann erlange, nachdem ich die Übung gemacht habe, es geht doch darum, dass ich diesen Zustand halten kann. Auch im Alltag, in der Arbeit, mit den Kindern, mit dem kranken Vater und so weiter. Nein? Das ist eine falsche Perspektive. Das in die Tiefe sinken, das Ergebnis ist nicht einfach eine andere Erfahrung, ein anderer Zustand, sondern eine innere Transformation. Als man zwei, dreiviertel Jahre alt war, ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, fängt man plötzlich an zu sagen, ich. Vorher hat man, wenn man Hunger hatte, hat man so auf sich gezeigt vielleicht und hat gesagt, Benni hat Hunger. Man hat sich mit dem Namen bezeichnet. So, und jetzt kippt es plötzlich und man sagt, ich habe Hunger. Und das ist auch die Zeit, wo man anfängt zu sagen, ich will und ich will nicht, aber dann fängt man an, die Sätze mit ich zu sagen. Das ist eine Transformation, das ist nicht ein anderer Zustand, sondern eine Transformation, eine geistig-seelische Transformation. Wir brauchen das im Übrigen, weil der Geist ebenfalls, weil der noch so klein ist, muss der die Dinge, die da sind, ordnen können. Und dieses Ich ist zu allen eine Beziehung herstellen, auch die gar nicht da ist. Eine Beziehung zur Sonne, wenn ich meinen Teller leer esse, dann scheint die. Es wird zu allen Beziehungen hergestellt und dadurch kann ich mich den Objekten nähern. Dass die einfach so sind, das kann der kleine Geist nicht erfassen. Der kann auch nicht von außen auf die Milchstraße gucken, ist völlig unmöglich. Der Geist ist nicht dazu in der Lage und dazu brauchte das Ich. Aber wenn er zwölf Jahre alt wird, dann gibt es wieder einen Sprung und dann brauchte das Ich nicht mehr. Dies in die Tiefe sinken bedeutet jetzt eine Transformation, dass die Erfahrung gemacht wird, dass das Ich weg ist. Nur dadurch kann der Verstand ganz still sein. Und jetzt plötzlich Ereignisse, eigene Handlungen, Dinge, die getan werden, die werden wahrgenommen als Dinge, die ablaufen und nicht wahrgenommen als Ich-tu-die. Die Idee, die man aber öfter hört im spirituellen Raum, einen Zustand aufrechthalten zu müssen, die ist völlig falsch. Die ist völlig falsch. Es ist nicht ein Zustand, der aufrechterhalten wird, sondern eine Transformation, die eine andere innere Struktur erzeugt. Genau. Ich verstehe, das ist jetzt total wichtig, auch für mich selber, auch für unsere Zuschauer. Das bedeutet praktisch, es geschieht alles ohne Ich-Identifikation. Ja, so kann man das nennen. Ich arbeite, es arbeitet. Ja, es ist eine andere Wahrnehmung und deswegen, es gibt keinen Zwang mehr immer denken zu müssen. Der Verstand ist still, das kann man sich vorher nicht vorstellen. Darum haben viele auch immer gesagt, der Zustand ist unbeschreibbar, ist nicht in Worte zu fassen. Weil, vielleicht muss man das auch nochmal sehen, das ist das Denken und das Fühlen und die Sinneswahrnehmung. Und was ist das jetzt in dem tieferen Raum? Ist das ein intensiveres Fühlen, ein intensiveres Denken? Nein. Die Erfahrungen, die in dem tieferen Raum gemacht werden, wie Stille, Frieden, Glückseligkeit, das sind keine Gefühle, das hat mit Gefühlen nichts zu tun. Man weiß das oder kann das wissen, weil Gefühle brauchen den Körper. Die tieferen Erfahrungen sind umso intensiver, je steller und ruhiger der Körper wird. Der Atem wird langsam, das Herzschlag und alles. Und Gefühle wachsen und klingen dann wieder aus, die tieferen Erfahrungen, die sind einfach. Es ist ein anderer Wahrnehmungsraum. Es ist nicht eine andere Art zu fühlen, intensiver und so weiter. Sondern es ist eine andere Art, da zu sein. Ja, genau. Ich sage ja, ohne Identifikation mit dem Ich. Ohne Identifikation ist fast zu wenig, weil es ist gar nicht mehr da. Guck mal, wenn du sagst, ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Ich, das wäre so, als wenn dieser Jemand, der das vorher getan hat, jetzt nicht mehr tut. Aber der Jemand ist weg. Ach so, ja. Genau. Es gibt niemanden, der die Idee hat, sich zu identifizieren. Ja, genau. Und das ist ein Unterschied zu dem, was in diesen anderen spirituellen Wegen die Rede davon ist, dass man durch Beobachten sich nicht mehr berühren lässt und dadurch, und ich finde es auch total langweilig, so ein Leben, in dem man sich nicht mehr berühren lässt, von dem, was geschieht, was man mit den Menschen erlebt, der Schmerz über den Krieg und anderes, sich von all dem nicht mehr berühren zu lassen und das auch noch in Meditation zu trainieren und zu trainieren. Ich sehe da keinen Sinn drin, das zu machen, davon abgesehen. Und jetzt haben wir also eine Transformation, in der der Mensch anders wahrnimmt, eine andere innere Struktur hat, in dieser tiefen Gelassenheit zu Hause ist und von da aus Gedanken hat, wenn er sie braucht und die Gedanken oder auch das, was ich jetzt rede, mehr von alleine geschieht und ich mir vorher keine Gedanken darüber mache, was zu reden ist. Das sind Prozesse, die ablaufen. Und richtig ist, dass wenn man jetzt nicht auch innere Arbeit macht, besteht die Gefahr, dass dieser Seinszustand wieder versandet. Das meinte ich vorher. Das habe ich schon gewusst, dass du das meintest. Nur diese Haltung, dass die Alternative wäre, Zustände aufzuhalten, ist komplett falsch. Ja, ja. Ist komplett falsch. Und so, worum es geht ist, zu realisieren, es kommen vom Inneren und vom Äußeren bestimmte Notwendigkeit hoch. Sagen wir, nehmen wir das Beispiel, da war einer, der eine Arbeit als Lektor in einem Verlag und der fing plötzlich an, dass die Gedanken wieder anfingen und dann hat er gemerkt, dass er Angst hatte, dass die anderen denken, er ist zu langsam und deswegen dann vielleicht die Arbeit verliert. Das haben wir erst herausfinden müssen. Das war jetzt die Ursache dafür, dass der Kopf überhaupt tätig wird mit irgendwelchen Gedanken. Nicht mit dem Thema, sondern es entsteht dann eine innere Spannung. Dieser ungelöste Konflikt und noch nicht mal richtig wahrgenommene Konflikt erzeugt eine innere Spannung und diese Spannung macht, dass der Geist tätig wird. Ja, genau. Und zu welchem Thema ist dem Geist da fast egal. Und wie er das jetzt wahrgenommen hat, ah ja, ich habe da die Angst, die Arbeit zu verlieren und sich überlegt hat, wie schlimm ist es, die Arbeit zu verlieren und wie schlimm ist es, die Stille zu verlieren. Da war dann die Entscheidung, lag dann ganz klar auf der Hand und dann war ihm die Arbeit zu verlieren keine schreckliche Aussicht mehr und dadurch verschwand dann die Angst und dadurch wurde er wieder still. Und er hat die Arbeit immer noch wahrscheinlich. Und er hat die Arbeit immer noch. Also das ist, wir müssen also sehen, dass durch das Äußere und auch durch Innere, es kommt etwas hoch, man nimmt wieder Kontakt auf zu einem Menschen, vor dem man sich früher geängstigt hat oder anders, jetzt kommt das wieder hoch und dann kommen Gedanken von früher werden da assoziiert und wieder wach und plötzlich ist da ein Ich, das wieder Angst hat, dass der andere einen verletzen könnte und man muss dafür sorgen. Und dann gibt es Ich-Gedanken. Das heißt, es geht eher darum, die Wirkung solcher Ereignisse und Erfahrungen, die innerlich zu bearbeiten, sodass dieser Sein-Zustand, der kontinuierlich da ist, dass er sich vertieft und in das ganze Leben integriert. Das ist die Aufgabe. Und deswegen ist es nötig, sinnvoll, nach der Erleuchtung diese innere Arbeit zu machen. Und dass ich als spiritueller Lehrer jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, jetzt demnächst zum vierten Mal so ein 18-monatiges Training mache, nur für Menschen, die schon Erleuchtung gefunden haben, für die Arbeit danach, das sind alles wichtige Dinge. Das ist wichtig, ja. Es gibt ja in deinem Buch auch noch eine weitere Übung, die mich interessiert hat oder angesprochen hat, habe ich auch gleich gemacht. Du schreibst von vier inneren Bewegungen. Ja. Dazu gehört einerseits die Wahrhaftigkeit, nennst du es, Wahrhaftigkeit, Liebe, Freiheit und Hingabe. Diese vier inneren Bewegungen. Und bei der Wahrhaftigkeit, also dieses Kapitel hat mich sehr angesprochen, Wahrhaftigkeit, da geht es um Authentizität. Ja. Und zwar, es geht darum, nach dem eigenen Stimmzoo zu forschen, sage ich jetzt mal. Und ich finde das in meinem Leben aus Erfahrung das Allerwichtigste, dass ich mein Leben nach meinem eigenen Stimmzoo führe. Nach dem, das kann ich nicht mit dem Gehirn, das kann ich nur mit dem Herzen. Da weiß ich, das stimmt oder das stimmt nicht. Ich vergleiche das immer mit einer Speisekarte im Restaurant. Wir sind dann mehrere Leute und jeder schaut es an und ich spüre ja, das stimmt, das nehme ich. Und der andere spürt, das nehme ich, das stimmt. Das stimmt einfach. Ja. Aber auch das Leben so zu leben dann, nach dem eigenen Stimmzoo, wieso ist es denn gerade beim Erwachen wichtig? Die Authentizität. Ah, das, ja, 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 ja. Genau, du hast es richtig beschrieben. Dieses Gefühl von Stimmigkeit ist ein körperlich-seelisches Gefühl, was ich jetzt inzwischen, ich glaube in dem Buch noch nicht, aber inzwischen mehr noch den inneren Kompass nenne. Und das ist für jeden Menschen, auch nicht nur für die Menschen, die Erleuchtung suchen, heilsam ist, diesen inneren Kompass zu finden und lebendig zu halten. Und dazu ist das Fühlen nötig, weil im Kopf kann man nur denken, was sollte ich tun? Dann kann man denken, was tun andere in der Situation? Das sind alles Dinge. Das ist sinnvoll. Ja, aber das hat nichts mit einem selber oft zu tun. Und die Ausrichtung an der Wahrhaftigkeit ist zum Beispiel die Entscheidung, dass man Gefühle, die unangenehm sind, genauso wertschätzt wie Gefühle, die angenehm sind, weil das dann jeweils die innere Wahrhaftigkeit ist und man sagt, die Wahrheit ist mir wichtiger, als mich gut zu fühlen. Ja, genau. Weil man auch weiß, wenn man sich augenblicklich gut fühlt und den Preis hat, dass man das Weggedrängte, dass einen das jahrelang quälen kann, dann hört man auf, es ist vernünftig. Ein Beispiel wäre, man ist sehr unglücklich in der Partnerschaft, hat Kinder und bleibt dann zusammen wegen der Kinder. Oder man bleibt an einer Arbeitsstelle, ist sehr unglücklich, verdient aber sehr viel Geld und wegen dem Geld macht man es halt weiter. Aber es stimmt halt nicht. Wenn man den Gefühlen Raum gibt des Unglücklichseins, dann sieht man plötzlich, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als nur zu gehen oder da zu bleiben und den Trott weiterzumachen. Man kann oft auch am Arbeitsplatz etwas ändern. Das alles kommt erst in den Blick, wenn man sich den Gefühlen richtig stellt und dem, was sie von einem innerlich wollen. Und nur wenn ich, dieses Ich, das will immer etwas. Das Ich, und das greift die Frage auf, die du eingangs gestellt hast, nämlich warum will ich eigentlich Erleuchtung finden? Dieses Ich lebt mehr oder weniger in einem Gefühl von Mangelzustand. Es gibt nicht genug Bewunderung für mich, es gibt nicht genug Liebe. Es ist nie genug. Und deswegen gibt es nicht nur Anstrengungen, mehr Liebe und Bewunderung zu bekommen, sondern auch solche Tricks und sich verstellen. Der andere soll einen guten Eindruck und so. Das läuft ganz unbewusst. Aber es führt dazu, dass derjenige immer mehr eine Fassade hat und als diese Fassade lebt und nicht als das, was er ist. Ja, genau. Wenn das so ist, dann muss ich das auch immer aufrechterhalten. Es ist eine ständige Lüge den anderen und sich selbst belügt man auch. Genau. Und in dieser Unwirklichkeit gibt es einen ständigen Krieg von Das will ich weghalten, das will ich da haben. Und in diesem Krieg, in dem man sich befindet, gibt es kein Loslassen und tiefer sinken und Erleuchtung finden. Erst wenn ich das annehme, wie es ist und ich selber mich so annehme, wie ich bin und dem Raum gebe, dann bewege ich mich auf dem Pfad der Wahrhaftigkeit. Und das macht, dass da Frieden kommt, weil der Krieg aufhört, dass man das eine herzerrt und das andere wegschiebt. Dieser Krieg hört auf. Und in diesem Frieden, das ist der Boden, von dem aus ich loslassen kann, solange ich damit beschäftigt bin, hier was aufrechtzuerhalten, da eine Illusion, da von mir selber zu verbergen, mich selber toller zu finden, als ich eigentlich bin. Und diese ganzen, das ist ein ständiges inneres Gezieher und Gezarre. Kein Wunder, dass der Mensch die ganze Zeit denkt und erschöpft ist. Und total erschöpft ist am Abend. Ja, ja, ja. Und deswegen ist die Wahrhaftigkeit der allererste Schritt. Genau. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, das Annehmen, das war die zweite Übung, die ich auch mitgemacht habe aus dem Buch, bei den Bewegungen, nämlich die Liebe. Und die Übung war, man setzt die Liebe gegenüber von sich auf einen Stuhl und fragt sie. Ja. Und spricht mit ihr. Und spricht mit ihr. Und was bewirbt diese Übung? Ja, das ist ein Werkzeug aus der Gestalttherapie, die ja viele können. Und was aber so gut wie keiner weiß, ist das, was Fritz Perls, der die Gestalttherapie erfunden hat, hat, was der über seine eigene Arbeit gesagt hat. Nämlich? Nämlich, mit der Gestaltarbeit habe ich eine Methode entwickelt, eine Methode entwickelt, mit der ich die Menschen unterstützen will, oder eine Methode entwickelt, die den Menschen unterstützt, insbesondere den westlichen Menschen Erleuchtung zu finden. Er hat gesagt, die Selbstrealisation zu finden, die in der östlichen Spiritualität angestrebt wird, das ist Erleuchtung. Also er hat zwei, drei andere Worte verwendet. Das muss man sich vorstellen. Das müssen auch alle die, die Gestalttherapeuten sind, sich mal wirklich innehalten und fragen, was es denn damit auf sich hat. Und die Menschen, die Gestalttherapeuten aufgesucht haben, Gestalttherapie, hat der Therapeut das vermittelt als ein Weg, Erleuchtung zu finden? Hat es eine Chance gehabt, Erleuchtung zu finden? Nein, hat es alles nicht. Die tatsächliche, die Gestalttherapie, wie sie es gibt, hat die eigentliche Dimension von Gestaltarbeit so runtergefahren. Und da ist so viel nicht mehr von übrig. Und dieses Sprechen... Mit der Liebe auf dem Stuhl gegenüber. Mit der Liebe in diesem Fall, das kommt von Fritz Perls, wo man hier sitzt und die Liebe als einen eigenen Teil. Und dann fängt man an zu sprechen. Und indem man zu sprechen anfängt, wie ich jetzt mal jemanden simuliere, nicht mich, sondern könnte sein, Mensch, ich habe von dir schon viel gehört. Ich weiß auch, dass du zum Leben dazugehörst. Aber ich weiß gar nicht genau, welche Rolle du in meinem Leben spielst. Und vor allem fühle ich mich dir gegenüber ganz ohnmächtig, weil manchmal fühle ich Liebe und weiß nicht wohin damit. Und dann wieder fühle ich, bin ich so bedrängt von anderen Gefühlen, dass Liebe ganz weg zu sein scheint. Und es fühlt sich so an, als wenn ich... Also man kommt in ein Sprechen... Genau. ...wo dann plötzlich Dinge bewusst werden, die man vorher nicht hatte. Wieso spüre ich dich so wenig und so selten? Ja. Und das direkte Sprechen ist intensiver, als nur darüber nachzudenken. Und dann tauscht man und ist auf der anderen Seite und verkörpert die Liebe in dem Augenblick und antwortet. Genau. Das ist eine wunderbare Übung. Richtig. Das hat Fritz Pölz entwickelt. Und Fritz Pölz hatte einen Schüler, das war mein Lehrer, von dem ich Gestalttherapie gelernt habe, dem waren diese beiden Positionen nicht genug. Der hat gesagt, es gibt noch drei weitere Positionen, nämlich, du kannst, wenn dieser Dialog zwischen den beiden, zwischen mir und der Liebe, zu einem Ende gefunden hat, dann kannst du zur Seite treten, drei Schritte zurück, und kannst auf die beiden schauen, auf die Liebe und auf dich. Und kannst ihnen jetzt sagen, was aus drei Meter Abstand, was dir auffällt, wie das, was die gesagt haben, bei dir ankommt, was das mit dir gemacht hat. Wenn das zu Ende gekommen ist, kannst du wieder aufstehen und auf eine vierte Position kommen. In der vierten Position bist du auch von außen, aber jetzt nicht mehr bewertend und nicht mehr parteilich und du hast keine Absicht mehr, du schaust nur noch. Genau. Das ist die Position, die auf den spirituellen Wegen oft das Zeugenbewusstsein genannt wird. Und wir nennen es oft die Haltung der inneren Freundin, der inneren spirituellen Freundin oder spirituellen Freundes. Jetzt schaust du auf die drei und bist in diesem inneren Zustand von Wahrnehmen, ohne Absicht und ohne Bewertung. Und man kommt deswegen da hinein, weil man vorher auf der dritten Position hat man die Bewertung besprochen. Und darum ist man jetzt gelöst davon. Also es ist ja der Prozess durch den fünf Positionen. Jetzt kommt man wirklich in so eine Haltung von nicht mehr bewerten und keine Absicht haben. Und es bewirkt? Bitte? Das bewirkt den ganzen Prozess? Es geht ja noch weiter, dann geht man auf die fünfte Position und da lässt man sogar noch das Schauen hinter sich. Und das hat mein früherer Lehrer, der das entwickelt hat, die Position der Transzendenz genannt. Und du kannst jetzt diese innere Erfahrung des volligen Nichts dich hineinsinken lassen. Und das kann bewirken, dass durch diese fünf Positionen hindurch auf der fünften Position jemand Erleuchtung findet. Genauer, wenn ich das in einem Seminar mache, als einen Gruppenprozess mit etwa 100 Seminarteilnehmern, dann ist die Wahrscheinlichkeit 90 Prozent, dass am Ende dieses Prozesses, der eine Stunde vielleicht dauert, drei, vier Menschen Erleuchtung finden. Auch die Zuseher? Bitte? Auch die Zuseher, nicht der Beteiligte? Nein, in diesem Fall lasse ich die Leute zum Beispiel zuerst alle, das zu machen. Und so, ich leite die ganze Gruppe durch den Prozess. Die ganze Gruppe durch den Prozess. Weil drei Menschen haben Erleuchtung gefunden, bei vierten waren wir uns nicht ganz sicher. Also es waren wirklich drei bis vier. Aber an was weißt du es dann, dass jemand erleuchtet ist? Weißt du es selber? Pass auf, erstens weiß er es selber und dann gibt es ein klares Kriterium. Jemand kommt her und ich frage ihn, was hast du erfahren? Wir sehen uns beim nächsten Mal.